Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Emira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Genre. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich dann überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bring Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Root euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist dir noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält.